Moin, wir sind eingeladen bei Firma Hensel zur Anschauung der neuen Handy-Charge-Anlage, um mal zu lernen, wie das ganze System funktioniert. Das ist alles ziemlich neu, daher ist es natürlich auch für uns neu. Um jetzt herauszufinden, was wir hier alles so drücken und tasten können, haben wir jetzt schon den Lehrgang durchlaufen. Das können wir natürlich nicht alles filmen, das wäre ein bisschen lang gewesen. Wir sind jetzt seit kurz vor Knöchel hier ungefähr vier Stunden, viel Input bis hierhin und jetzt als nächstes schauen wir uns noch das Werk ganz entspannt an, dann munkelt man, wir gehen noch Mittagessen und dann dürfen wir auch wieder zu Hause nach Bremen fahren.